Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe hier eine Runde geschlafen, aber wie ihr vielleicht seht, ist meine Lebensenergie immer noch ziemlich niedrig. Und mein Mana genauso. Das liegt simpel und einfach daran, dass ich zur Zeit besessen bin von dem einen Suchenden in der letzten Folge. Das heißt, ich habe jetzt ohnehin keine andere Möglichkeit. Also ich könnte jetzt natürlich Tränke schlucken ohne Ende. Das Problem ist aber, ich will die Tränke halt behalten. Also ich will die nachher noch haben, wenn ich sie wirklich brauche. Lass dich erlösen. Handel in seinem Sinne und hüte dich vor dem bösen Blick des Feindes. Aber sei gewarnt. Wenn du dich noch öfter ihrer Macht aussetzt, wird es für dich irgendwann keinen Weg zurück mehr geben. Denke immer daran. Ja, das weiß ich doch noch. Daran erinnere ich mich, dass es da so ein Problem gab. Das geht nur begrenzt oft, dass man sich von dieser Besessenheit heilen kann. Naja, weil die Sache ist, ich kann mir auch nicht wirklich leisten, mich nicht davon zu heilen. Von daher, Mana 306. Ich gehe jetzt erstmal, wenn ich eh schon mal hier bin, zu Karras. Mal schauen, ob der mein Schutzamulett schon fertig hat. Ich habe hier Gestein aus gesegneter Erde. Okay, doch nicht. Gut. Ich hoffe, die Gebetsschreine sind noch alle an ihrem Platz. In Ordnung. Ich fertige dir das Schutzamulett gegen den schwarzen Blick der Suchenden. Gib mir etwas Zeit. Ich mache mich auch gleich an die Arbeit. Okay, ich hatte irgendwie im Kopf, dass ich ihn bis schon gebracht habe. Aber nee, stimmt ja gar nicht. Ich habe das als letztes Mal gefunden. Ich depp. Naja, was soll's. Gut, hier ist ein Schrein. Ich glaube, ich habe geschlafen bis zum nächsten Tag. Ich spende mal eben 100 Gold. Okay, ich habe noch nicht geschlafen. Mist. Hm. Nun denn. Ich wollte aber ohnehin schlafen. Und ich mache jetzt mal folgendes. Ihr seht ja, hier ist ein Bett. Und direkt nebenan ist ein Schrein. Das ist so die mit Abstand schnellste Möglichkeit, hier in diesem Spiel in kurzer Zeit oft zu beten. Und das würde ich dann auch tatsächlich genauso nutzen. Ich glaube, ich kann 16, 17 Mal noch beten, habe ich gezählt. Oder waren es 12? Ich weiß nicht. Vielleicht noch 14? Für Enos. Jedenfalls eine ganze Zahl. Ganz oft. Ganz oft. Ganz oft. So, 107er Tag. Aber ich werde jetzt erstmal nur... Ne? Ich habe jetzt 307 Mana. Ich gucke mal, dass ich jetzt auf 310 hochkomme. Und dann könnte auch Karas vielleicht sogar schon fertig sein mit dem Amulett. Nach ein paar Tagen sollte er dann hier eigentlich mal langsam zu Potte kommen, oder? Wie seht ihr das? Für Enos. Für Enos. Ich glaube, dieses Bett hier ist geschickter. Das ist zwar ein bisschen weiter weg, aber dafür muss ich mich nicht umdrehen. Oh Mann. Einfach mal ein paar Tage im Kloster verbringen. Fleißig beten. Yoga machen. Äh, was? Keine Ahnung. So. Wie viel Gold habe ich denn noch? Mal so gefragt. 1300. Das sollte noch reichen. Jetzt bin ich bei 309 Mana. Das heißt, noch ein einziges Mal für Enos schlafen und beten. Ich muss nur schauen, dass ich nicht zu sehr jetzt hochgehe. Weil ich will ja noch einmal leveln und ich werde noch einmal, noch eine Stufe werde ich aufsteigen, bevor ich nach Yerorath gehe. Und die Lernpunkte möchte ich dann natürlich investieren. 310. Sehr gut. Die Lernpunkte möchte ich dann natürlich investieren in Mana. Ne? Worin denn sonst? Hey. Und das lohnt sich sogar doppelt. Aber dazu gleich mehr. Wie steht's mit dem versprochenen Schutz-Amulett? Ich bin fertig. Hier, sieh es dir an. Es ist ein schönes Stück geworden. Trage es immer bei dir. Und die Suchenden werden dich nicht in ihre mentalen Abgründe ziehen können. Ich danke dir. Vielen Dank, lieber Karas. Jetzt habe ich halt nur ein kleines Problem. Ich habe zwei Amulette, die ich gerne tragen würde. Und zwar gleichzeitig. Ich habe Enos göttliche Aura, die mich schützt. Und ich habe das Seelenruf-Amulett, das mich vor dir... Wow! Haha, 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 haha. Voll vergessen. Voll vergessen, dass es das hier auch noch... Hier gibt, diesen Effekt. Oh Mann. Sehr geil. Okay. Wo ist es denn? Es ist einfach Kraut. Zack. So. Ich muss da jetzt nämlich wieder runter. Ich glaube hier... Der Weg hier ist kürzer als durch die Stadt. So. Denn, wie gesagt, ich habe ja noch diese paar Suchenden hier vor den Stadttoren. Die will ich dann mal eben noch schnell erledigen. Und in dem Wald direkt vor der Stadt, falls ihr euch erinnert, wo ich am Anfang war, ganz am Anfang, ganz am Anfang, mit ein grauer Vorzeit, da war ein Ork. Und der ist da immer noch. Und ein Schattenläufer. Und der ist da immer noch. Und da hinten drei ist da noch eine Höhle zum Hafen hin. Und da gibt es vielleicht auch noch mal das ein oder andere interessante Gegnerchen oder Item zu finden. Schaue ich mir jedenfalls gleich an. Und ich habe mal eine Liste gemacht von Dingen, die ich noch machen möchte in Korinus, bevor ich nach Irodorath gehe. Ich denke, das werden noch zwei, drei Folgen. Dann ziehen wir endlich auf zum Endgegner. Zum Untoten, äh, nicht Untot, zum, äh, überbösen Drachen und so. Was ist das? Eine Hacke. Warum, warum liegt hier eine Hacke? Ich habe keine Ahnung, warum hier eine Hacke liegt. Aber hier liegt eine Hacke. Na gut, dann liegt hier halt eine Hacke. Sollen wir recht sein. Einsuchender. Siehst du mal. Sind es zwei? Sind es drei? Okay, das kostet mich 120 Mana. Das kann ich also insgesamt viermal machen. Ich kann es sogar noch ein fünftes Mal machen. Aber da fehlt mir dann doch ein bisschen Mana für. Äh, wie viel waren es? 60 pro Stück. Das heißt, ich brauche so einen. Dann geht das Ganze noch zweimal. Aber erst mal jetzt hier die Suchende. Im Moment ist das auch noch ein Suchender da. Ja. Ich verzichte jetzt hier in der Nähe der Stadtwache einfach mal ganz bewusst auf die Todeswelle. So, reicht das? Nein, das reicht nicht. 115. Jetzt reicht das. 165. Weil ich möchte wieder die Stadtwache selbst. Noch irgendwelche Unschuldigen erwischen. die mir dann die Stadtwachen auf den Hals hetzen. Das muss dann doch nicht sein. So. Damit bin ich wieder in diesem Wäldchen. Ganz am Anfang war ich hier. Erinnert euch vielleicht mit einem Jäger bin ich hier durchgezogen. Garn war das, glaube ich. Garn hieß der. Und ich glaube, er hat es nicht überlebt. Wenn ich mich recht erinnere, hat er es nicht überlebt. Das war ein bisschen traurig. Ups. Das ist dämlich. Das bringt nämlich nichts. Und wenn ich mir überlege, dass ich heute im reinen Nahkampf ohne Magieunterstützung und ganz alleine gegen den Schattenläufer ankomme, muss ich sagen, damals, als ich zuletzt hier war, hätte ich das ja nicht so bedacht. Ah, das war dämlich. Ich wollte den Mana-Trank trinken. Ach, Mist. Okay, merke. Bei zukünftigen Begegnungen mit Suchenden sollte ich wieder Abstand halten. Oder mein Schutzamulett tragen. Wer kommt da? Ach, der Ork. Siehst du mal, der Ork vom Anfang. Hallo, wie geht's dir? Ich hab dich so lang verschont. Moment, hast du mich vermisst? Hallo, hast du mich vermisst? Antworten. Okay, man kann nicht mehr reden. Okay, da sind mehrere Suchende. Dann probiere ich hier doch gleich mal das Amulett aus, das Seelenruf. Moment, hab ich genug? Nein, ich brauch 300 Mana. Das heißt, ich brauch nochmal drei davon. Und dann reicht's sowieso nicht, um danach noch irgendwas anderes zu zaubern. Von daher kann ich mir das mehr Mana auch sparen. So, da bin ich nah genug dran. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Ich bin nur froh, dass die Suchenden hier keinen Eisblock können. Das wäre sehr ätzend, muss ich sagen. Okay, die Truhe habe ich durchsucht. Da waren ganz am Anfang, als ich hier war, irgendwelche Goblins. Schlecht hier eine Axt im Boden. Hab ich das gerade richtig gesehen. Hä? Wo bin ich denn gerade rumgelaufen? Ich bin gerade hier rumgelaufen. Und habe ich da rechts irgendwas im Boden gesehen? Keine Ahnung, was mir da meine Weinung für den Streich gespielt hat. Wie dem auch sei. Einsuchen da. Den ich ausnehme. 100, 100 für... Ach so, haha, richtig. Todeswelle kostet ja 150. Ich depp. Nicht 300. 300 für zwei. Ja, natürlich. Na ja, auch gut. Kann ich immerhin zweimal zaubern. Hat auch was. So, wie gesagt, hier bin ich am Anfang über die Hafenauer geklettert und da weiter hinten ist ja noch eine Höhle. Da waren früher irgendwelche Banditen drin, wenn ich mich recht erinnere. Und ich glaube, es lohnt sich jetzt auch nochmal da hinzugehen. Ach ja, genau. Ich werde nochmal leveln, wie gesagt. Unter anderem hier kriege ich Erfahrung. 120, 240. Hm. Ich überlege gerade. Schon bei zwei lohnt sich eigentlich das Massensterben. Und ich werde mir im Verlauf der nächsten zwei, drei Folgen nochmal einen Kronstöckel holen, mit dem ich dann nochmal einen dauerhaften Mana-Bonus bis fünf realisieren kann. Den gibt es in der Höhle mit den äh, in der Krypta bei bei dem äh, Söldner Söldnerlager. Oh, ich hätte vielleicht weichern sollen. Ja, ich stelle das mal eben nach. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe hier hinten bei im Wäldchen bei den Suchenden diesmal ziemlich viel eingesteckt. Deswegen habe ich relativ viele Tränke hier getrunken und davor so ziemlich alles, was ich dabei hatte, gegessen. Das heißt, der Käse ist weg, das Bier ist weg, Boah, das Bücklerfleisch ist weg. Könnte bitte einfach umfallen. Dankeschön. Ach ja, richtig, die beiden hatte ich ja schon mal erledigt. Ähm, naja, egal. Gut, dann werde ich hier nochmal nicht heilen müssen. Was soll's. 450, 790, macht 340. Das heißt hier 140 und dann nochmal 4 davon. Und dann sollte ich exakt geheilt sein. Und um sicher zu gehen, falls ich da drin doch noch ein bisschen mehr zaubern muss als gedacht, mache ich auch meinen Mana voll. So, und spreche hier nochmal auf die 560. Das 560ste Mal seit dem Anbeginn der Zeit. Nein, seit dem Beginn des Spiels. So, hier drin sind Suchende. Nämlich 3, 3 Stück und ich habe irgendwie das Gefühl wieder, ich sollte hier hinten zaubern. Ich hoffe, das reicht. Äh, natürlich nicht gereicht. Okay, das hat nicht gereicht. Dann versuche ich jetzt mal folgendes. Das Problem ist ja, dass das Reinrennen so eine Weile dauert und dass die dann einfach in der Zeit so viele Zauber auf mich raushauen können. Dementsprechend würde ich mich jetzt mal hier platzieren. ein Snapperkraut naschen und dann reinrennen und auf dem Weg erst meinen Zauber in die Hand nehmen und hepp. Ah, voll reingerannt. Mist. Na, klappt das? Ja, das hat funktioniert. Sehr gut. Dann nehme ich den mal eben aus. Muss ich mich heilen? Ich glaube nicht. Ich erschrecke jedes Mal. Ich erschrecke echt jedes Mal. So, hier gibt es nichts mehr. aber ich weiß nicht, ob hier hinten noch irgendwas ist. Ich habe mich extra so hingestellt, dass ich alles, was hier hinten sein könnte, eventuell erwische. Und tatsächlich, schaut mal hier noch zwei Suchende. Tja, die hat es erwischt. Den habe ich es gezeigt. So, in der Truhe ist aber natürlich nichts. Genau, denn da war ich ja schon. Okay, gut, dann bin ich hier zwischen Xardas und der Stadt auf jeden Fall fertig. Als nächstes würde ich gerne in die Hafenstadt. Denn, ähm, was möchte ich hier tun? Laris brauche ich nicht. Es gibt hier einiges, was ich erledigen möchte, aber zum allererst muss ich hier Ich glaube nicht, dass ich daran was hätte. Ich muss nur noch schlafen, aber sicher nicht hier. meine Meinung kann ich hier schon. Ich habe so einiges gehört. Und der alleine? der wohnt alleine. Dann kann ich mal eben hier sein Bettchen benutzen. 10.10 Uhr bis mittags. Ich muss jetzt nur merken, dass ich an diesem Tag schon gebetet habe, denn dann kann ich nämlich nicht noch... Hä? Da kann ich nämlich nämlich nicht noch mal nicht immer mal beten, um noch mal einen dauerhaften Bonus von Innos zu kriegen. Aber das wisst ihr ja eigentlich alles schon. Warum habe ich da auf die 560 gespeichert? Das wäre die 559 gewesen. Keine Ahnung. So, also die erste... Die erste Sache auf meiner Liste war die Höhle. Die zweite Sache auf meiner Liste ist Bromor. Denn Bromor, wie wir alle wissen, ist besessen. Du bist besessen. Was? Wovon redest du da? Verschwinde! Genau. Und da erfülle ich meinen heiligen Auftrag als Magier in Os. Nicht schlecht. Ich habe hier nämlich zwei Leid zu tun. Einmal will ich ihn entwaffnen. Einmal will ich ihm den Almanach abnehmen. So sieht es nämlich aus. Und außerdem hat er einen Apfel. Der bringt mir jetzt zwar pur nix, aber ich esse ihn trotzdem. Also und ihr seht, mein Inventar ist ziemlich leer. Ich habe das Bier getrunken, ich habe das gebratene Fleisch vergessen, das Wanzenfleisch ist weg, der Käse ist weg, das Bier ist weg, nur noch den Wacholder habe ich. So, du bist besessen. Du bist ein Schläger, hau ab! Laut André wird von deinem Verhalten erfahren. Ja, ist egal. Ich handle im Auftrag in Os. Ich muss Beweise sicherstellen. So, das war das zweite auf meiner Liste. Das war tatsächlich sehr einfach. Das hacke ich dann doch einfach mal ab. So. Und dann wollte ich doch mal schauen, ob hier hinten, denn mein Kapitän schon auf mich wartet. Ich habe ja schon mit ihm geredet im Leuchtturm. Er müsste jetzt eigentlich auf dem Weg hierher sein. So, wie ich das sehe. Ich würde einfach mal gerne checken, ob hier alles in Ordnung ist. So. Gordon, Mario, Diego, Angabiff. Was hätte ich dir vorhin sagen können? Vatras. Geh bloß weg mit deiner Magie. Geht da. Meine Güte, regen die sich auf über meine Magie. Also bitte. Als wäre ich hier der Böse. Ich meine, das sind die Leute, die unter mir quasi mein Schiff führen wollen. Warum ist Jack nicht da? Ich dachte eigentlich, der sitzt hier hinten irgendwo. Aber der ist tatsächlich nicht da. Ist der vielleicht schon auf dem Schiff? Könnte das sein, dass die Wachen ihn vorbeigelassen haben? Weil die lassen ja mich nicht durch. Ha. Oder habe ich mit Jack im Leuchtturm noch nicht geredet? Dann müsste ich das wohl noch tun. Na, ihr beiden? Moment. Ich wollte... Gut, das kennen wir schon. Du stellst den Wunsch eines Magiers des Feuers in Frage? Nein, natürlich nicht. Die Magier des Feuers, wer sie in Frage stellt, stellt Innos in Frage und verwirkt... Genau. Was passiert, wenn ich an Bord gehe? Ich werde dich töten. Ich meine, aufhalten. Du würdest einen Magier des Feuers angreifen? Ich würde niemals Hand an einen Magier legen. Nichts. Äh. Ich finde das so herrlich. Schließen Lord Hagens Befehle auch mich mit ein? Ich... Denk mal nach. Wurde Lord Hagen... Das klappt. Ja, ja, ja. Komm. Zum letzten Mal. Verstanden. Gut. Ich finde diese Dialoge herrlich. Äh. Gut. Genau. Aber wo ist Jack? Ist Jack von hier? Ich sehe ihn nicht. Hä? Dann muss ich ihn wohl doch nochmal holen. Irgendwo. Gut. Aber keine Sorge. Ich habe ja auch noch was anderes mit Affen zu tun. Hehe. Ich frage mich allerdings gerade, ob ich da vom Leuchtturm aus vielleicht nicht so geschickt da hinkomme. Ich weiß es nicht. Sicher ist sicher. Äh... Ich gehe von hier aus hin. Genau. Nämlich da hinten an der Küste gibt es noch eine kleine feine Sache. Die ich mir holen werde. Aber wisst ihr was? Die Folge ist zwar noch nicht ganz komplett voll, aber dieses Schwimmen das erspare ich euch. Ich werde da hinten hinschwimmen zum dritten Strand auf der rechten Seite. Und dort ist ein Schiff. Und dann schauen wir in der nächsten Folge was ich dort verbirgt und was ich mir dort hole. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.